hallo youtube herzlich willkommen zu einem weiteren part von fallout 4 survival modus wir sind noch im baumodus aber ich muss mich erst mal heilen und so wir waren stehen geblieben bei strom strom zu verlegen hier die seite nein würde ich sagen brauchen wir hier doch noch eine Treppe runter. Nein, ich stehe. Sehr gut. Okay. Ich glaube nicht mehr da dran, ne? Ja. Okay. Kann man so lassen. Dann brauchen wir eine. Machen wir die hier? Ach, dann machen wir die gleich. Oh, ich bin eine Rotzone. Oh, ich bin nur in einer Rotzone. Das war's. Ich will doch nur sie drehen. Gut. Ach, ist die Sonnegrill. Schönes Wetter zum Bauen. Einmal. Ja, die Seite hätten wir dann soweit. Wir brauchen mehr Strom. Also, definitiv. Wieso wird mir das jetzt an der Seite wieder nicht angezeigt? Ja, ich hab keine Ahnung. Jetzt haben wir Schank. Ich komme von hier aus, da hoch. Das sieht blöd aus. Aber hier ist ja so wie so ein Toreingang, ne? Dann. Wenn, dann bleiben wir bei denen. Okay, ja, das ist schön, dass kommt jetzt so weit. Okay. Ja. Okay. 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 Ja, ungefähr. Jetzt von hier aus. Kann man da rüberziehen? Ja. Sehr gut. Die sind jetzt kaputt. Et voilà. Dann hätten wir hier Strom. Jetzt müssen wir gucken, wie wir hier rüberkommen. Hier machen wir auch. Zwei. Oh. Nur eine machen wir hin. Ein. Eine reicht. Gut. Jetzt müssen wir nur gucken, wie er von hier aus. Jetzt... Hier ganz gut. 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 Hier schreit sie. Hier aber auch nur eine. Und zwar wollte ich ja nur die haben. Also hier unten brauchen wir einen Strom. Das geht nicht anders. Einen großen. Ich nehme die noch von da. Okay. Ja, du bist gut so. Was hängt dann hier? So ist auch gut. Okay, machen wir das Kabel im Blick. Bleibt du mal da? Haben wir eine andere Lampe irgendwo? Nehmen können. Ja, bald hier. So eine. Weh geht auch nicht. Aber hier ist doch nichts. Hab ich was hingebracht? Oh ja. Okay. Dann machen wir so. Oh. Reine hin. Hier. Sprich. So. Ach, gefällt mir auch nicht. Ich bin so nah. Blöd aus, ne? Weil die steht unten und die steht jetzt oben. Ach, ich komme... Das ist ja gut neben uns. Komm her. Hallo. Hallo? Ich kann mich nicht da hin. Ne, die hauen ineinander. Machen wir ein bisschen auseinander. So. Oh. Okay, ich habe falsch gedreht. Ups. Nein. Nein. Ja, so. Hoch. Okay. So. So. Okay. So. Und. So. 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 Oh, hier geht's nicht. Dann kriegst du hier Strom. Sollen wir hier auch ne Treppe machen, nö, oder doch, besser, wir stehen sonst davor und wissen nicht, wie hoch. Ne, die Breite ging ja nicht, die schmale Hände, ja, ja, komm. Also, hier haben wir auch alles Strom. Jetzt kommen die hier. Es ist auch nur soweit. Schau eine an. Ja. Wir müssen uns noch was einfallen lassen wegen Stufen. Und zwar folgendermaßen. Wir bauen noch einen Generator hier hin. Das machen wir. Und zwar hier den hier. Hier hin. Okay. Da gibt's da Strom. Okay. Du kriegst von hier Strom. Und hier machen wir wieder eine Laterne hin. Ich muss hier unten anfassen. Zum Drehen. Das. 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 Haben alle Strom jetzt. Ja, genau. Eine Grenze reingehauen. Ja. Haben alle Strom. Sehr schön. Ja. Ja. Da hat auch Strom. Aber eigentlich unnütz so viel Strom. Strom ist immer wichtig. Aber wirklich unnütz. Wenn man so schaut. gut. Die haben Strom. Jetzt geht's nämlich weiter. Ähm. Ihr habt Strom. Das ist aber auch Strom. Die kriegen ihre eigenen kleinen Generatoren. Was. Das ist aber wichtig. Das ist aber wichtig. Das ist aber wichtig. Ja mal. Das ist so großartig. Ja mal. Die brauchen nämlich auch noch Strom. Oder haben die schon Strom? Ach, die haben wir schon gemacht. Gut, ich hab nichts gesagt. Das Kaninchen! Es ist tot. Oh je. Kaninchen ist ertrunken. Da werden noch viel mehr ertrinken. Was ist das hier? Das braucht auch Strom. Komm, komm ich doch mal um den Generaltuch hier hin. Sonst noch was? Haben wir sonst noch irgendwo? Moment, ohne Strom? Ich glaub nicht. Die haben alle... Das heißt, Strom ist so wenig. Wo fehlt denn noch Strom? Das ist so eine holle Strom. Nee, das hat kein Strom. So hat das kein Strom? Vergessen. Okay, jetzt haben alle Strom. Gut. Ja, wir haben 18 Leute. Ich war noch welcher Clown. Von anderen Siedlungen her. Damit... noch ein bisschen was geschieht. Okay, ich würd' aber sagen, wir bauen noch ein, zwei Gärten da auf. Weil... Weil... Zehn Essen sind ein bisschen wenig. Okay, sie werden versorgt von den anderen Siedlungen. Aber... Schaden kannst du nicht. Okay, müssen wir hin drüber wechseln, also... Kann ich dich nicht... ...dass ich mich stellen. Wieso? Ähm... So ein Großen da ja dran machen. Aber so ein Kleiner erstmal. Irgendwie... ...schwierig. Ich hoffe, da schwebt er nicht. Okay. Sonst noch irgendwo Platz? Wollen wir eine Bank? So... Stelle hin... Ach, ich muss mich jetzt mal drehen. Gebüsch hier weg. So. Gut. Okay. Das soll's aber dann auch erst gewesen sein. Wieder mal. Ja... Mit dem Bauen. Wir schauen, was da so noch passiert hier. Ja, das können wir eigentlich... Apropos Wasser. Ja, Wasser haben wir ja erstmal genug. Ich glaube, 33. Und... Mal sehen, was hier noch so alles passiert. Ich weiß nicht, was ist ein Schießstand, Schrottplatz. Ach, die bauen irgendwas. Geht nicht ins Wasser da. Räderhöhle. Das hier können wir eigentlich auch... Mal wegbauen. Aber das mache ich jetzt nicht. Was habe ich vor? Ja, im nächsten Part werden wir nach Good Neighbor zurückgehen. Aufgabe abgeben. Kind ist tot. Ja. Das werden wir tun. Und... Ja, wir müssen mal langsam Valentine... Valentine... Besorgen. Mag ich das brauchen, wenn ich... Ich bin... Ich muss die Power müssen haben. Jetzt sofort. Aber sie ist nur eine Treppe. Ähm... Ja. Ein Laden wäre nicht schlecht gewesen. Irgendwie so... Wo man Sachen kaufen kann. Verkaufen. Noch. Aber... Hier entsteht ja noch zwei Sachen. Hier müsste noch was kommen. Und hier auch. Und da bin ich auch gespannt, was das ist. Ja, wir dürfen gespannt sein, aber... Naja, wir schauen mal im nächsten Part. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Daumen hoch. Kommentartipps und Tricks wie immer. Ich muss speichern. Nicht vergessen. Und dann... Ja. Sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin. Adios. Bosi... Jetzt...